Geburtshilfe ist ein wunderbarer Bereich. Wir arbeiten mit Babys zusammen. Ich kann jeden Tag freudestrahlende Muttis erleben, die ihre Neugeborenen auf dem Arm haben. Und das ist einfach ein wunderschöner Berufsbereich. Und dann auch einfach dieses Strahlen zu sehen. Ich bin jetzt Mama. Das ist einfach Wahnsinn. Und wenn man selber Mama ist, dann fühlt man ja extrem nochmal mit. Und das ist schon sehr emotional. Schon alleine, wenn die aus dem Kreißsaal kommen und sie einfach nur ihr Kind angucken. Und der Papa strahlt. Und das ist einfach wunderschön. Jetzt bist du schon wieder zufrieden. Jetzt wieder angezogen. Die sind einfach glücklich, wenn sie hier die Station verlassen und auch gegen dieses Glück auch nochmal an uns weiter. Sagen, es war schön hier. Und das ist einfach dann so, wo wir sagen, wir haben alles richtig gemacht. Super. 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 Super.